Wir haben einen tollen Film gesehen und dies wird keine Filmanalyse, sondern anhand des Films möchte ich auf die Situation jetzt heute eingehen, denn es passt ganz genau. Es war ein wunderbarer Film. Der Film heißt Waiting for the Barbarians. Also es geht um die Barbaren. Es geht um die Barbaren und es geht um die Empire, um das britische Reich. Es war ein unglaublich guter, toller Film mit ganz vielen Symbolen. Die Geschichte ist folgende. Ein Aufseher, wenn man so möchte, hat eine kleine Außenposition vor den Bergen. Ich glaube es ist sogar gefilmt in Mongolien, in der Mongolei. Er hat eine kleine Außenposition, also ein kleines Fort mit einem Dorf und da leben die Menschen ganz friedlich. Einheimische leben dort, Kinder spielen, die das Feld des Landwirts so gut es geht bearbeitet. Es gibt ein paar Tiere, es gibt Ziegen, es gibt Pferde, es gibt Schafen. Man lebt dort sparsam, karg, aber zufrieden und glücklich. Und dieser Aufseher, dieser Hauptdarsteller ist ein sehr freundlicher, sehr lieber Mensch und er liebt die Menschen. Er geht gut mit ihnen um. Es gibt ab und zu mal ein kleines, eine kleine Kriminalität, einen Diebstahl und so weiter. Kleine Dinge, nichts Besonderes. Es gibt auch ein kleines Gefängnis in diesem Fort, das wird aber kaum benutzt. Da sitzen ab und zu mal ein paar Leute drin, wie gesagt, die mal was gestohlen haben. Zwei Männer streiten sich, der eine hat ein Schaf gestohlen, der andere will es wieder haben. Es muss wiedergegeben werden. Kleine Dinge. Dann eines Tages kommt die Armee des britischen Empires. Angeritten, erst eine kleine Vorfront in dieses Fort. Ein Colonel. Der Colonel wird gespielt von Johnny Depp. Auch die anderen sind tolle Schauspieler, aber er hat wirklich also die Rolle. Er ist ein fieser, gemeiner, richtig gemeiner Colonel. Johnny Depp spielt diesen Mann ganz fantastisch. Dieser Colonel will da durchgreifen. Er will dafür sorgen, dass die Barbarians, dass man die unter Kontrolle bekommt. Die leben in den Bergen, die leben nicht in diesem Fort. Und er fängt sofort an, da durchzugreifen. Holt sich ein paar sogenannte Barbarians aus den Bergen. Das sind aber gar keine Barbarians, sondern das sind Nomaden. Er weiß auch noch nicht mal den Unterschied, was Nomaden sind und was Barbaren, also Barbarians sind. Er schmeißt das alles in einen Topf, sind halt wilde Leute. Er holt sich da ein paar. Die werden von ihm ganz fürchterlich gefoltert, Beine gebrochen, Augen mit heißem Wasser kaputt gemacht, ausgepeitscht, geritzt. Also alles ganz, ganz fürchterliche, ganz schlimme Dinge. Er, ja, bei einigen, ich muss es hier erzählen, weil es ist in dem Film, es sind wirklich schlimme Bilder. Bei einigen werden die Hände festgebunden, also festgenäht, am Mund und an die Backen. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Also so eine Foltermethode, ganz fürchterlich. Also die werden mit Draht so festgenäht. Schreckliche Bilder. Ich muss es aber hier erwähnen, denn es ist Teil dieses Films. Dieser Colonel behandelt die Menschen, also diese Barbaren und Nomaden, die Wilden, wie er sie nennt, ganz fürchterlich. Er will halt, dass sie die Wahrheit sagen. Er will, dass sie ihm sagen, wo sie sind, wo sie sich verstecken und, und, und. Er meint, mit solchen Methoden würde man die Menschen dazu bekommen, nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen. Und er sagt es auch in dem Film, mit immer mehr Druck bringt man die Leute dazu, die Wahrheit zu sagen. Foltermethoden. Und dieser, ja, dieser Leiter des Fords, die Hauptperson, neben Johnny Depp, die Hauptperson, der ist ganz anderer Meinung und der meint, dass das alles, dass das nicht funktioniert, aber er kann nichts machen, denn das ist das britische Reich. Gut. Dieser Johnny Depp, der Colonel, reitet weg und sagt, er kommt wieder mit mehr Leuten, aber erst mal reitet er zurück in die Hauptbasis. Der Leiter des Fords lässt all diese Menschen frei, diese gefolterten, fürchterlichen Menschen mit großem Schmerz und so weiter. Er lässt sie frei, er sagt, geht alle weg, bitte, bitte, haut ab, geht zurück zu euren Leuten. Er lässt sie alle frei. Zurück bleibt eine einzige Frau, eine junge Frau, die gesehen hat, also wie ihr Vater vor ihren Augen wohl getötet wurde. Und dieser Frau hat man die Füße gebrochen und die Augen halt mit heißem Wasser kaputt gemacht. Sie ist fast blind. Sie bleibt zurück, sie kann nirgendwo hin, weil sie kann ja noch nicht mal gehen. Sie bleibt in dem Vorhof des Fords und bettelt dort, in dem kleinen Dörfchen und bettelt. Und er sieht diese Frau und hat ein so schlechtes Gewissen. Er nimmt sie mit rein, er wäscht ihr die Füße, er wäscht ihr die Haare, er will ihre Geschichte wissen. Er findet auch raus, was ihre Geschichte ist, was man mit ihrem Vater gemacht hat und mit ihr. Und er hat ein super schlechtes Gewissen. Er liebt sie auch, das merkt man. Er fängt an, diese Frau zu lieben und er will sie am liebsten dort behalten. Aber er fragt sie und sagt, wenn du zurück willst, ich bringe dich zurück. Ja, sie will zurück und er nimmt eine kleine Gruppe von seinen eigenen Soldaten, Mitarbeitern, fährt bis in die Berge zu den Barbaren und trifft dort ein kleines Grüppchen Barbaren, gibt die Frau zurück, kommt zurück in das Vor und inzwischen ist die halbe Armee da. Also sind viele Armeeleute vom britischen Empire sind hingekommen und er hat etwas gemacht, was er nicht durfte. Er hat die Frau zurückgebracht, er ist unerlaubterweise in dieses fürchterliche Gebiet rein und das ist jetzt, weshalb ich die Geschichte eigentlich hier erzähle. Und diese Soldaten des britischen Empire erniedrigen ihn. Also sie bestrafen ihn, er kommt erst ins Gefängnis und dann erniedrigen sie ihn. Sie nehmen ihm die Ehre. Sie töten ihn nicht. Sie nehmen ihm die Ehre. Sie ziehen ihm Frauenunterwäsche an, ein Hütchen auf, Babyunterwäsche, so ein Babyhütchen und ein weißes Kleidchen. Und dieser starke Mann, dieser Führer des Fords, der auch gutherzig ist, auch mit den Menschen immer gut umgegangen, ein sehr lieber Mensch, der wird erniedrigt und wird über den Innenhof gejagt und muss dann halt, wird dann auch aufgehängt, nicht getötet, aber nur halt, dass er sehr große Schmerzen hat. Die Bevölkerung, die gesamte Bevölkerung, seine Bevölkerung, seine Menschen, für die er immer gut war, diese Menschen lachen ihn aus. Lachen, klatschen, Kinder machen mit, Kinder machen mit, auch bei der Bestrafung anderer Gefangener. Und ich fand diesen Film deswegen so unglaublich einprägsam, weil er zeigt, wie böse Menschen sein können, wie unglaublich aus unserer Sicht auch unfair Menschen sein können. Also der Colonel, also Johnny Depp, dieser fürchterliche Mensch, der kein bisschen Liebe hat, kein bisschen Gewissen, überhaupt kein Gefühl, der einfach nur nach Regeln geht. Er gehorcht. Er macht das, wovon er ausgeht, das er machen muss. Er gehorcht. Und der gute Mann, der erniedrigt wird, die Bevölkerung, gehorcht auch. Besser gesagt, ist dumm genug, zu lachen und zu klatschen. Und das, was das British Empire macht, gut zu finden. Es geht weiter. Er überlebt. Dann kommen immer mehr Armeeleute. Er darf aber nicht mehr in seine Räume. Er lebt auf der Straße. Er fegt die Straße. Und ein paar Leute kümmern sich um ihn. Eine ehemalige Haushälterin, sie hilft ihm. Sie gibt ihm ein Süppchen. Aber langsam, sie rasiert ihn auch. Langsam wird er wieder Mensch. Ja, man hat ihm die Ehre genommen, aber er hat seine Ehre nicht verloren. Er ist Mensch und er wird wieder Mensch. Sie sorgt dafür, dass er wieder Mensch wird. Naja, es ist ganz klar, wie der Film ausgeht. Und dieser arrogante, fürchterliche Colonel geht raus mit seinen vielen, vielen Männern, Armee und will die Barbaren jagen und will die Barbaren töten und will die Grenzen offen machen für the British Empire. Er will diese Grenzen, die Barbaren beherrschen, die Grenzen. Die will er frei machen. Er geht, zieht raus und ist ganz klar, alle werden getötet. Nur der Colonel, komischerweise überlebt. Der kommt dann irgendwann in der Kutsche ganz kaputt zurück. Und die paar Soldaten, die noch übrig geblieben sind, die flüchten alle. Feiglinge in dem Film. Und letztendlich, die Schlussszene fängt damit an, hört damit auf, dass man sieht aus weiter Ferne eine riesige Staubwolke. Der Zuschauer denkt, aha, das könnte ein Sandsturm sein. Stattdessen ist es kein Sandsturm, sondern es sind hunderttausende Barbaren, die in Richtung Fort, also in Richtung Festung kommen. Waiting for the Barbarians. Wir warten auf die Barbaren. Und es sind die Barbaren natürlich. Ich weiß jeder, wie der Film ausgeht. Sie werden diese Festung übernehmen. Und klar, sie haben ihr eigenes Land nicht aufgegeben. Und der British Empire hat es nicht geschafft, diese Barbaren auszuschalten. Es ist ein Film, der zeigt auch, wie Menschen schwach sind, wie auch diese Bevölkerung wirklich sich auf die Seite des Bösen schlägt. Obwohl dieser Chef, dieser Leiter des Fonds immer sehr gut zu ihnen war. Sehr gut, sehr gerecht versucht hat, alles richtig zu machen. Die Bevölkerung schlägt sich auf die Seite der Dominanz, auf die Seite der Autorität. Das ist auch eine Botschaft dieses Films. Wenn man nur genug Autorität zeigt, hatte ich ja auch im Blog dieses eine Video oder diesen Podcast gemacht zu dem Experiment. Wer genug Autorität zeigt, und ich sage das persönlich dazu, Überheblichkeit und Arroganz, der schafft es tatsächlich, viele Menschen unter Druck zu halten und dazu zu bringen, dass sie das tun, was ich möchte. Also, dieser Film, kleine Warnung, bleiben Sie aufmerksam, bleiben Sie in der Liebe und lassen Sie sich nicht durch falsche Autorität blenden. Vielen Dank. Vielen Dank.